Die schwedische Prinzessin Madeleine lebt weiterhin zwischen zwei Welten. Kaum nach Schweden zurückgekehrt, packt sie schon wieder ihre Koffer und reist in die USA. Die königliche Hoheit begibt sich auf eine wichtige Veranstaltung in New York und wie immer begleitet sie ihre Mutter, Königin Sylvia. Bemerkenswert ist, dass sich im Gepäck der Prinzessin nicht nur Geschäftskleidung befand. Erst vor drei Monaten war Prinzessin Madeleine, 42 Jahre alt, nach einer langen Zeit im Ausland in ihre Heimat Schweden zurückgekehrt. Diese lang ersehnte und in gewisser Weise auch erzwungene Rückkehr gelang nicht auf Anhieb. Schon kurz nach ihrer Hochzeit mit dem Geschäftsmann Chris O'Neill verließ Madeleine zusammen mit ihrem Mann Schweden und ließ sich in London nieder, bevor das Paar für mehrere Jahre nach Florida zog. Jetzt ist Madeleine, wie sie im Freundeskreis genannt wird, zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern Leonore, Nikolas und Adrienne nach Hause zurückgekehrt. Doch ihre frühere Wahlheimat über dem Ozean wartete nicht lange auf sie. Madeleine hatte einen guten Grund für ihren erneuten Flug über den Atlantik. Die Prinzessin bestieg erneut ein Flugzeug, diesmal in Begleitung ihrer Mutter, Königin Sylvia, da sie in New York zur Teilnahme an den Veranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der World Childhood Foundation erwartet wurden. Dieser Fonds wurde 1999 von Königin Sylvia gegründet und widmet sich dem Schutz von Kindern. Bevor sie sich in die offiziellen Veranstaltungen vertieften, an denen Madeleine aktiv teilnahm, gönnten sich die Prinzessin und die Königin eine kleine Ablenkung. Laut der schwedischen Zeitung Svensk Dampning wurden sie am Mittwoch beim Einkaufen in New York gesichtet. Sie spazierten durch den Central Park und besuchten anschließend das Geschäft der bekannten Marke Veronika Baart. Madeleine wurde mit Einkaufstüten in der Hand gesehen, sie trug eine Tasche des exklusiven Reformhauses Zitoma, während Königin Sylvia noch ohne Einkäufe unterwegs war. Allerdings hatten sie wenig Zeit zum Shoppen, da vor ihnen wichtige offizielle Veranstaltungen des Fonds lagen. Neben den geplanten Jubiläumsveranstaltungen nahmen Königin Sylvia und Prinzessin Madeleine an einem Abendessen teil, das zu diesem besonderen Anlass organisiert wurde. Prinzessin Madeleine glänzte in einem Kleid der britischen Marke Erdem. Dieses Kleid aus Crepe in Blau, Weiß und Schwarz hat einen hohen Spitzenkragen, lange Ärmel, einen plässierten Rock und ein figurbetontes Oberteil. Zum ersten Mal trug sie dieses Kleid bereits 2016 bei den Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag ihres Vaters, König Karl Gustav, und nun, acht Jahre später, war es erneut die perfekte Wahl für die Veranstaltung in New York, einer Stadt, die eine besondere Rolle in ihrem Leben spielt. Nachdem ihre Verlobung mit ihrem langjährigen, geliebten Jonas Bergström aufgelöst wurde, fand Madeleine Trost in New York, wo sie begann, für den amerikanischen Zweig der World Childhood Foundation zu arbeiten. In dieser Stadt lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann Chris O'Neill kennen. New York war auch der Geburtsort ihrer ersten Tochter, Prinzessin Leonore, im Jahr 2014. Für diesen Abend wählte Madeleine nicht nur ein Kleid von Erdem, sondern kombinierte es auch mit stillvollen schwarzen Wildlederpumps mit hohem Absatz sowie einer eleganten Klatsch von Boot Tega Veneta, genauer gesagt dem Modell Knot, das sich auch im Kleiderschrank vieler anderer Royals befindet, wie Königin Letizia, Kronprinzessin Mary von Dänemark und Königin Maxima der Niederlande. Die Prinzessin rundete ihren Look mit auffälligen Ohrringen aus Süßwasserperlen ab, die in unregelmäßiger Form mit Diamanten besetzt waren. Ihr blondes Haar war in sanften Wellen gestylt, was ihrem Erscheinungsbild eine besondere Sanftheit verlieh. Königin Silvia wählte für diesen Anlass ein elegantes weißes Kostüm, bestehend aus einem knielangen Rock und einem taillierten Blatzer, den sie mit einer Bluse kombinierte, die mit kleinen gestickten Blumen verziert war. Sie entschied sich ebenfalls für Perlenschmuck, Ohrringe und eine Halskette sowie eine Brosche der World Childhood Foundation, mit der sie stolz das 25-jährige Bestehen dieser wichtigen Organisation feierte. Das Programm des Aufenthalts von Prinzessin Madeleine und Königin Silvia in New York war sehr intensiv. Am Anreisetag erwartete sie ein festliches Abendessen, am nächsten Tag fanden ein Seminar und eine Vorstandssitzung des Fonds statt. Doch die Schweden müssen sich keine Sorgen machen, ihre königliche Tochter wird bald wieder nach Hause zurückkehren, um ihr Leben in Schweden fortzusetzen, die Reisen von Prinzessin Madeleine zwischen Schweden und den USA symbolisieren ihre untrennbare Verbindung mit zwei Welten, die zu einem festen Bestandteil ihres Lebens geworden sind. Auf der einen Seite bleibt sie ein Mitglied der schwedischen Königsfamilie, von dem ihre Landsleute viel erwarten, auf der anderen Seite haben New York und die USA einen bleibenden Eindruck in ihrem Leben hinterlassen. Hier erlebte sie eine der schwierigsten Phasen ihres Privatlebens, fand ihre Berufung in der Wohltätigkeitsarbeit und traf letztendlich die Liebe ihres Lebens, mit der sie eine Familie gründete. Ihr Leben spiegelt eine allgemeine Tendenz moderner Monarchen wieder, die gezwungen sind, zwischen traditionellen Pflichten und den neuen Herausforderungen der Globalisierung zu balancieren. Madeleine verkörpert eine neue Generation von Royals, deren Leben über Paläste und offizielle Veranstaltungen hinausgeht. Sie widmet einen Großteil ihrer Zeit der wichtigen Arbeit, die sich dem Schutz der Schwächsten den Kindern verschrieben hat, und genau darin liegt ihre Hauptaufgabe. Trotz ihres internationalen Lebensstils behält sie eine enge Verbindung zu ihrem Heimatland, und sie zeigt, dass der Dienst an ihrem Volk möglich ist, auch wenn Grenzen immer mehr an Bedeutung verlieren. Madeleines Beispiel ist die Geschichte einer Frau, die zwischen persönlichen Herausforderungen, dem Familienleben und den hohen Erwartungen der Öffentlichkeit ihren eigenen Weg findet. Ihre Geschichte erinnert uns daran, dass auch Mitglieder von Königsfamilien Momente haben, in denen sie ihren Platz in der Welt suchen müssen, dabei aber niemals vergessen dürfen, wer sie sind und woher sie kommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir bedanken uns herzlich, dass sie uns auf dieser spannenden Reise begleitet haben. Prinzessin Madeleine zeigt uns, dass auch Mitglieder der königlichen Familie Herausforderungen bewältigen und dabei ihren eigenen Weg im Leben finden müssen. Ihre Hingabe für wohltätige Zwecke und die Balance zwischen Tradition und Moderne inspiriert uns alle. Bleiben Sie dran, um mehr über das Leben hinter den königlichen Kulissen zu erfahren. Bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, dass wahre Stärke oft in der Fähigkeit liegt, sich neuen Herausforderungen zu stellen und dennoch seiner Herkunft treu zu bleiben. Auf Wiedersehen und bis bald!